Mit einem Auto von Around About Cars wurden wir nach Langa gefahren. Im Kulturzentrum Gugas TB bewunderten wir etliche Kunstwerke, die von Locals angefertigt wurden. Die Kreativität reicht dabei von Gemälden bis zu Kleidungsstücken. Angekommen in unserer Gaststätte wurden wir mit Menschen und Räumlichkeiten vertraut gemacht. Bei traumhaftem Wetter konnten wir den Ausblick über Langa bis hin zum Tafelberg genießen. Bei einem Rundgang entdeckten wir, wo Langas Nachwuchsfußballer ihre Basics erlernen. Nachdem eifrig Sonne getankt wurde, besuchten wir das Old Post Office Museum, in dem neben der beeindruckenden Geschichte der noch erhaltene Gerichtssaal von einst aufzufinden ist.